Herzlich Willkommen zum Info-Abend über unsere Micro-Credentials an der FERN-FH. Mein Name ist Martin Staudinger, ich koordiniere hier an der FERN-FH die Einführung und die Durchführung der Micro-Credentials und lade sie ganz herzlich ein. Ich werde in etwa 20 Minuten ein bisschen erzählen darüber. Sie haben auch die Möglichkeit natürlich Ihre Fragen zu stellen, entweder direkt in Teams Ihre Fragen zu stellen oder auch über den Chat oder über die Q&A oder F&A, je nachdem welche Version von Teams Sie verwenden, hier Ihre Fragen einzugeben. Vielleicht zu Beginn ein technischer Hinweis. Erstens, wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Das bedeutet, dass wenn Sie Ihre Kamera einschalten oder Ihren Ton einschalten, wofür wir Sie ganz herzlich einladen, dass das aber mit Teil dieser Aufzeichnung dann sein wird und in späterer Folge dann auch von uns an verschiedenen Kanälen vielleicht veröffentlicht wird. Wenn Sie das nicht wollen, dann lassen Sie einfach die Kamera ausgeschaltet. Verwenden Sie vielleicht auch nicht Ihren Ton, sondern geben Sie nur schriftliche Fragen ein. Beides ist möglich. Und ein zweiter Hinweis, auch ein technischer Hinweis. Wenn Sie im Hintergrund die Folien nicht ganz sehen, sondern irgendwie nur mich ganz sehen, dann würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt ganz kurz auf mich draufklicken mit der rechten Maus und da müsste es eine Möglichkeit geben, da steht an Frame anpassen. Und da sind dann zwei so kleine Pfeile links und rechts. Wenn das nicht eingeschaltet ist, dann bitte tun Sie es jetzt, weil dann wird Teams Folgendes machen, dann zeigt Teams den ganzen Ausschnitt her und das ist dann wichtig, dort wo Folien zu sehen sind. Also bitte den Frame anpassen. Sie versäumen jetzt sonst nichts, Sie hören alles, aber bildlich könnte es sein, dass es hier problematisch ist, wenn Sie nicht den Frame anpassen. Ja, nach dieser technischen Einleitung jetzt noch einmal herzlich willkommen. Es geht um Micro-Credentials. Wir haben das vor etwa einem Jahr hier bei uns eingeführt. Ich denke, dass wir vor fast genau einem Jahr unser erstes Micro-Credential vergeben haben und habe heute nachgeschaut. Wir haben heute oder dieser Tage unser 800. Micro-Credential verliehen. Das heißt, dass wir da sehr, sehr forsch vorangeschritten sind. Warum haben wir das gemacht? Was sind Micro-Credentials? Wir haben uns gedacht, dass wir sehr viele unserer Lehre sehr viele Dinge bringen, die wir nicht nur vorbehalten wollen unseren Studierenden, in den Bachelor- oder Masterstudien gingen, sondern die eigentlich auch interessant sein könnten für andere. Die interessant sein könnten, wenn sie zum Beispiel vor einiger Zeit studiert haben, sei es jetzt bei uns oder auch woanders studiert haben, und sich Themen einfach geändert haben, wenn Themen dazugekommen sind heute, die damals zu ihrem Studienzeitpunkt in keiner Form vorgekommen, weil es es einfach noch nicht gegeben hat. Vielleicht sind Sie auch generell überhaupt nicht an einem ganzen Studium interessiert. Vielleicht gibt es eine berufliche Notwendigkeit, dass Sie sagen, es gibt hier ein Thema, es gibt hier einen Bereich, in dem bräuchte ich ein bisschen eine Auffrischung oder vielleicht überhaupt eine Hinführung zu einem bestimmten Thema. Ein ganzes Studium brauche ich dazu nicht, aber diesen einen Teil, den möchte ich machen. Vielleicht sagen Sie auch, ich möchte mal ausprobieren, wie das ist, zu studieren, insbesondere auch in einem Fernstudium zu studieren. Ich möchte mich da aber nicht gleich dazu verpflichten, ein ganzes Studium zu machen. Also verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Fragestellungen, warum so ein Micro-Credential für Sie interessant sein könnte. Dazu haben wir bestimmte Lernpfade gebildet, das heißt, wir haben mehrere Lehrveranstaltungen, die wir abhalten, zu einer zusammengebaut, die eine, wie wir glauben, ganz interessante Gesamtkompetenz ergeben. Und wenn Sie die absolvieren, dann bekommen Sie auch dieses Zertifikat, eben das Micro-Credential. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir das thematisch anbieten. Wir haben drei Institute, die sich mit den Themen des Studiengangs auseinandersetzen. Und in diesen Bereichen, in diesen Fachbereichen, haben wir auch unsere Micro-Credentials. Sie sehen, das ist sehr interdisziplinär aufgebaut. Reicht also von Betriebswirtschaft und ökonomischen Fragestellungen über den IT-Bereich, auch im Sinne von IT-Management, Datenmanagement, Informationssysteme. Ein ganz wichtiger Bereich, Digital Business. Also wie macht man heute E-Commerce-Systeme? Wie macht man E-Business? Wie macht man Digital Business? Wir haben einen ganz interessanten Bereich aus einem Studiengang heraus, der das Gesundheitswesen betrifft. Und hier im Bereich von Public Health, Aging Services, in diesem Bereich Themen aufgreifen, wo Sie in diesem Bereich Themen aufgreifen können. Wir haben einen großen Bereich natürlich aus unserem Studiengang, in dem es um Psychologie geht. Wir haben einen zugegebenermaßen im Moment noch etwas kleineren Bereich, wo es um Softwareentwicklung geht. Und wir haben auch einen Teil, wo es um wissenschaftliches Arbeiten geht oder ganz allgemein um Wissenschaften, wo die Themen vielleicht insbesondere für Studierende interessant sein könnten. Tatsächlich ist es nämlich so, dass diese Micro-Credentials nicht nur von externen Teilnehmerinnen, sogenannten außerordentlichen Studierenden zur Verfügung stehen, sondern auch unseren internen Studierenden. Wenn jemand bei uns studiert, egal in welchem Studiengang, kann er an allen Lehrveranstaltungen, die hier in diese Micro-Credentials eingebettet sind, daran teilnehmen. Also auch an Lehrveranstaltungen in einem anderen Studiengang. Wir haben sogar die Curricula so gestaltet, dass man dadurch oder dass man die Möglichkeit hat, hier einen bestimmten Bereich, 15 sogenannte ECDS-Credits, ich werde das dann auch gleich erklären, diese 15 Credits hierfür zu reservieren, die man einfach in einem anderen Themenbereich macht, als wir uns gedacht haben, dass vielleicht das Curriculum sein sollte. Formal, was bedeutet das formal? Formal besuchen Sie einfach einzelne Lehrveranstaltungen bei uns. Das heißt, Sie inskribieren nicht ein ganzes Studium, sondern Sie besuchen einzelne Lehrveranstaltungen. Das sind auch ganz normale Lehrveranstaltungen, sage ich einmal. Also Lehrveranstaltungen, die auch unsere Studierenden besuchen. Sie sind da in keinem extra Raum oder in einer extra für Sie aufgebauten Umgebung, sondern das sind die ganz normalen Lehrveranstaltungen. Natürlich auch mit den ganz normalen Prüfungen, mit den ganz normalen Anforderungen. Das heißt, Sie machen das alles mit. Wenn Sie die Prüfung geschafft haben, bekommen Sie zunächst einmal für die einzelnen Lehrveranstaltungen ein Zeugnis. Und wir haben dann eben für eine bestimmte Anzahl von zwei, drei, vier Lehrveranstaltungen eine Gesamtkompetenz definiert. Und wenn Sie die erworben haben, dann bekommen Sie von uns auch dieses Zertifikat für den Erwerb dieser Gesamtkompetenz. Das ist dann eben das eigentliche Micro-Credentials, wo Sie schwarz auf weiß das beschieden bekommen. Ehrlicherweise muss man sagen, schwarz auf weiß ist es nicht mehr. Es ist Bit auf Bit. Also Sie bekommen ein digitales Zertifikat von uns, das Sie weiterverwenden können bei Ihren Bewerbungen, in Ihrem Lebenslauf, in Ihren Europass, wo auch immer Sie das eintragen möchten. Wie lange dauert so ein Micro-Credentials? Das kommt jetzt natürlich darauf an, welche oder wie viele Lehrveranstaltungen davon betroffen sind. In der Regel sind es aber ein bis zwei Semester, in denen das möglich ist. Und der Aufwand dafür ist auch unterschiedlich. Aber ich würde sagen, so zwischen 100 und 400 Stunden in etwa, kommt jetzt eben darauf an, wie umfangreich so ein Micro-Credential ist. Sie können aber auch, wenn Sie sagen, puh, die 400 Stunden in zwei Semestern, das kommt mir schon sehr viel vor, so viel Zeit habe ich nicht. Sie können das natürlich auch ausdehnen und in vier Semestern zum Beispiel machen. Interessant ist vielleicht auch, dass diese Micro-Credentials, also der Besuch dieser einzelnen Lehrveranstaltungen, keine formalen Zugangsvoraussetzungen braucht. Das heißt, wenn Sie normalerweise in ein Studium einsteigen, da gibt es irgendwelche Eignungstests, da gibt es Aufnahmekriterien, da gibt es formale Dinge, die Sie erledigen müssen. Das gilt für Micro-Credentials nicht. Sie können hier ohne formale Zugangsvoraussetzungen teilnehmen. Es gibt allerdings natürlich für einzelne Lehrveranstaltungen vielleicht inhaltliche Voraussetzungen. Also es macht ja nicht sehr viel Sinn, wenn Sie in einem, sage ich einmal, in einer Master-Vorlesung sitzen zu einem Thema, wo Ihnen Basiskenntnisse fehlen. Aber hier geht es eben jetzt nicht um einen formalen Bildungsabschluss, den Sie nachweisen müssen, sondern um eine inhaltliche Voraussetzung, wo wir gegebenenfalls überprüfen werden, ob Sie diese inhaltliche Voraussetzung erfüllen. Wie ich schon angedeutet habe, Sie könnten in einer Master-Vorlesung sitzen, Sie könnten in einer Bachelor-Vorlesung sitzen. Alle unsere Micro-Credentials, alle unsere Lehrveranstaltungen sind einer akademischen Niveaustufe zugeordnet. Das sind eben Bachelor oder Master. Das steht auch auf dem Micro-Credential selber dann drauf. Das heißt natürlich nicht, dass Sie, wenn Sie jetzt so ein Micro-Credential haben auf Bachelor-Niveau, dass Sie ein Bachelor sind oder dass Sie ein Master sind. Es heißt nur, dass die Lehrveranstaltungen, die Sie besucht haben, die diesen Kompetenzerwerb beschrieben haben, dass die eben auf Bachelor-Niveau oder auf Master-Niveau stattgefunden haben. oder wir schreiben das aber auch international drauf, eben als Undergraduate- oder Postgraduate-Abschlüsse gelten. Ein weiterer Vorteil oder eine weitere interessante Gegebenheit dazu ist, dass unsere Lehrveranstaltungen natürlich in den Studiengängen alle in das sogenannte European Credit Transfer System eingebettet sind. Was bedeutet das? Das ist dieses ECTS. Vielleicht hat man das schon einmal gehört. Das bedeutet, es ist ein standardisiertes System innerhalb von Europa, wo eben gegeben ist, wie soll so eine Lehrveranstaltung aufgebaut sein? Wie soll sie beschrieben sein? Welche Qualitätsstandards sollen dabei eingehalten werden? Wir haben auch als Institution auch ein Audit darüber, dass wir uns wirklich daran halten an dieses ECTS-System. Und alle Lehrveranstaltungen, die auch im Rahmen der MC stattfinden, sind in dieses ECTS-System eingebettet. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet, das bleibt Ihnen unter Anführungszeichen ja dann durch das Credit erhalten. Und wenn Sie dann in zwei, drei Jahren sagen, ich würde doch gern ein Studium machen und ein Studium, wo diese Kompetenz dann auch Teil des Curriculums ist, dann können Sie die mitnehmen und brauchen Sie kein zweites Mal absolvieren, sondern Sie haben den Teil dann bereits absolviert. Man spricht dann auch davon, dass das ein Stackable-Studium ist. Das heißt, Sie können sich da Dinge zusammensetzen. Das gilt grundsätzlich einmal für unsere Studiengänge, aber dadurch, dass es das ECTS-System ist, mit großer Wahrscheinlichkeit auch in vielen anderen Hochschulen, wenn Sie sozusagen so ein Zeugnis mit ECTS-Stempel bekommen, dann ist das in der Regel auch anrechenbar, sofern natürlich die Inhalte zusammenpassen. Wir sind die Fern-FH. Das heißt, unsere Methode ist das Distance Learning oder auch Blended Learning genannt. Blended Learning heißt es deshalb, das ist eine Mischform, weil wir kein reines Online-Studium sind. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Unsere Kurse sind nicht reine Online-Kurse, aber ein sehr großer Online-Anteil ist dabei. Ein sehr großer Online-Anteil kann bedeuten, im Extremfall in Anführungszeichen, dass Sie eine einzige Einführungsveranstaltung hier bei uns in Wiener Neustadt haben und alles andere dann online abgewickelt wird, inklusive der Prüfung. Es kann aber auch sein, dass Sie vielleicht nicht nur die Einführungsvorlesung, sondern auch die Prüfung vor Ort machen müssen. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber viel mehr wird es normalerweise nicht. Das heißt, mehr als zweimal im Semester, je nachdem, wenn die Mikrokredenzen so liegen, dass man vielleicht nur ein halbes Semester dauert, dann vielleicht auch dreimal im Semester. Mehr als dreimal im Semester müssen Sie nicht vor Ort sein. Der Rest wird dann tatsächlich online abgebildet, online abgewickelt. Ich habe geschrieben, ein Study-to-go, also so wie ein Coffee-to-go. Das heißt, Sie kommen her und holen sich wohl den Kaffee bei uns, aber wo immer Sie ihn dann mitnehmen und wo auch immer Sie dann Ihr Studium absolvieren, das ist dann Ihre Entscheidung. Microkredentials können unsere Studierenden automatisch mitmachen, wenn es im Rahmen Ihres Studiums stattfindet, in Ihres Studienprogramme stattfindet, oder auch wenn es in einem anderen Studiengang stattfindet, in das Sie zwar nicht direkt inskribiert sind, aber weil Sie bei uns eben ordentliche Studierende sind, können Sie auch alle anderen Microkredentials mitmachen. Wenn Sie das nicht sind, also wenn Sie jetzt sozusagen von außen hier neu dazukommen, dann werden Sie als sogenannte außerordentliche Studierende bei uns inskribiert. Und das bedeutet, dass es nicht ganz kostenfrei ist. Die Microkredentials selber müssen Sie einen bestimmten Betrag dafür bezahlen. Das ist unterschiedlich, je nachdem wie umfangreich das ist und bewegt sich im Moment so zwischen 350 und 600 Euro oder ich glaube 599 Euro. Der Vollständigkeit halber, Sie sind während des Studiums als außerordentliche Studierende auch Mitglied der österreichischen Hochschülerinnenschaft und müssen daher einen ÖH-Beitrag auch bezahlen. Das wird in etwa so 25 Euro sein. Das ändert sich von Jahr zu Jahr, aber ich glaube, innerhalb der nächsten fünf Jahre wird das nicht mehr als 25 Euro ausmachen, pro Semester. Das Microkredential selber zahlen Sie natürlich nur einmal, wenn Sie sich anmelden. Den Studienbeitrag von diesen 25 Euro, den ÖH-Beitrag von diesen 25 Euro, den zahlen Sie jedes Semester. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, wie lange Sie brauchen, um das Microkredential abzuschließen. Wir haben im Moment aktuell etwas mehr als 20 Microkredentials aufgebaut und zusammengestellt, in den sieben Fachgebieten, die ich auch schon genannt habe. Das ist aber ein laufendes Verfahren. Wir ergänzen da ständig, weil sich auch unsere Studienpläne teilweise gerade sehr in Umwälzung befinden und hier sich sehr vieles tut. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich fünf neue Microkredentials schon in der Pipeline habe. Es gibt ein ganz kurzes, internes Verfahren, wie es sozusagen von einer Idee zum Microkredential, zu einem richtigen Microkredential kommt. Und da haben wir jetzt schon fünf wieder, die in den nächsten Tagen, also ich vermute auf jeden Fall noch vor Weihnachten, dann auch noch neu dazukommen. Sie finden auf unserer Homepage, beziehungsweise über den kurz URL micro-credentials ad, kommen Sie direkt auf diese Seite, wo alle unsere Microkredentials aufgelistet sind und wo Sie sich die Informationen, die konkreteren Informationen dafür holen können, was da die Inhalte sind, wie sie heißen, wann sie stattfinden und so weiter. Das finden Sie alles auf dieser Seite. Vielleicht noch zwei Hinweise, ich weiß jetzt nicht genau, wer die Teilnehmerinnen hier sind, aber wenn Sie unmittelbar ein Alumnus oder eine Alumna der Fern-FH sind, das heißt, wenn Sie hier bereits etwas abgeschlossen haben. Wir haben ein sehr aktives Alumni-Netzwerk und dieses Alumni-Netzwerk bietet auch an, erstens einmal eine Ermäßigung, das heißt von diesem Betrag, den ich vorher genannt habe, von diesen 350 bis 600 Euro wird auch eine 20-prozentige Ermäßigung gewährt. Und zusätzlich hat das Alumni-Netzwerk auch noch ein Stipendium ausgeschrieben, wo man quasi auch den Rest bezahlt bekommt. Die entsprechenden Anträge und die Konditionen dazu finden Sie dann auf der Homepage zu den Micro-Credentials, wo das Alumni-Netzwerk das auch beschrieben hat. Und eine andere Zielgruppe, für die das vielleicht auch noch interessant ist, sind Unternehmen. Wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind und vielleicht hier für die Personalentwicklung zuständig sind, was wir anbieten können, ist auch, dass wir ein, ich nenne es jetzt einmal ein MC on Demand, ein Micro-Credential on Demand für Sie zusammenstellen. Was bedeutet das? Was bedeutet, wir haben uns natürlich überlegt, wir haben gedacht, was sind denn sinnvolle Micro-Credentials, was sind denn sinnvolle Lernpfade, was sind denn sinnvolle Ergebnisse, die man nach so einem Kurs erreichen kann. Und das haben wir zusammengepackt in ein jeweiliges Micro-Credential. Ob wir da immer das Richtige getroffen haben, wissen wir nicht. Wahrscheinlich gibt es aber auch viele Dinge, die wir überhaupt nicht gesehen haben, weil wir natürlich jetzt auch nicht immer ganz genau wissen, was denn die Bedarfe sind. Und da gibt es die Möglichkeit, dass Sie als Verantwortlicher sich mit uns in Kontakt setzen und sagen, okay, ich habe eure Seite angeschaut von den Micro-Credentials, da klingt das und das, klingt jetzt nicht so uninteressant, aber habt ihr nicht auch etwas im Bereich X, im Bereich Y? Das wäre das, was im Moment gerade bei uns sehr wichtig wäre. Wir schauen uns das an, werden schauen, ob sich das organisatorisch, wie sich das machen lässt, wie das zusammenpasst auch mit diesen unterschiedlichen Stufen, ob das geht, sozusagen auf Bachelor-Stufe und Master-Stufe. Also irgendwie, ob es möglich ist, dieses Micro-Credential zusammenzustellen, wenn Sie so wollen. Und wenn das möglich ist, dann tun wir das einfach. Es entsteht für Sie da jetzt auch keine Verpflichtung, danach auch tatsächlich Ihre Mitarbeiter herzuschicken. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation für Sie eine Möglichkeit, ein bisschen zielgerichteter und spezifischer, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse ein Bildungsprogramm angeboten zu bekommen. Und für uns aber auch eine Möglichkeit, hier ein bisschen mehr in Kontakt zu treten mit den Unternehmen, mit der Wirtschaft und zu schauen, wo sind denn hier die Bedürfnisse? Was sind denn hier die Themen, die gerade dort besonders gebraucht werden, um, ich sage jetzt auch einmal von mir als Fachkräftemangel oder auch andere Menge oder andere Dinge, die die Bildung leisten kann, welchen Beitrag können wir dazu leisten? Ich würde sogar mich da jetzt ein bisschen hinauslehnen und sagen, wenn wir draufkommen, dass es eine Lehrveranstaltung bei uns nicht gibt, die Sie aber brauchen, wer weiß, vielleicht führen wir diese Lehrveranstaltung dann auch bei uns in einem Studiengang ein und haben das dann auch im Micro-Credential drinnen. Also diese Möglichkeit gibt es auch, das heißt insgesamt eine Fülle an Möglichkeiten. Entweder Sie studieren bei uns dann und das Micro-Credential ist Teil Ihres Studiums, dann ist es ohnehin, da brauchen Sie gar nichts dazu tun, außer die Prüfungen zu machen und Sie bekommen es. Oder Sie studieren bei uns und das Micro-Credential ist Teil eines anderen Studiengangs, in dem Sie im Moment zwar nicht inskribiert sind, aber Sie können das dort mitmachen. Dritte Möglichkeit, Sie kommen von außen sozusagen aus außerordentlicher Studierender und melden sich zu einem Micro-Credential an. Vierte oder 3a Möglichkeit, Sie kommen zuerst und sagen, was Sie überhaupt für ein Micro-Credential haben wollen, weil wir es noch nicht haben und wir setzen uns zusammen und schauen, ob wir so ein Micro-Credential nicht für Sie zusammenstellen können. Die Teilnehmer an diesen Micro-Credential selber sind dann wieder Einzelpersonen. Also es ist nicht, dass wir Firmenweiterbildungen in dem Sinn machen, sondern das sind dann einzelne Personen aus den Unternehmen, die hier bei uns eben als außerordentliche Studierende eingeschrieben werden. Ja, das war in aller Kürze, ich glaube tatsächlich, dass ich auch sehr schnell das gesprochen habe, in aller Kürze zu unseren Micro-Credentials. Wenn es eine Frage dazu gibt, die Ihnen jetzt noch nicht einfällt, können Sie gerne eine Mail schreiben an diese Adresse, Micro-Credentials at fernfhacat, sei es jetzt, dass Sie sagen, ich habe im Moment noch nicht so das Richtige gefunden, aber können Sie mir bitte, sobald es neue Micro-Credentials gibt, eine News-Mail sozusagen schicken oder eine Mail schicken mit dem jeweils neuen Angebot, das dazugekommen ist. Sei es, dass Sie eine konkrete Frage haben, sei es, dass Sie sagen, ja, das klingt eigentlich für mich interessant, aber ich hätte gern ein Micro-Credentials, das ich noch nicht gesehen habe, wäre es nicht möglich, dass ich dieses Micro-Credentials bekomme. Ich könnte mir vorstellen, dass in Ihren, also in unseren jetzt Lehrveranstaltungen die eine oder andere Lehrveranstaltung dabei ist, die dafür interessant wäre. Ansonsten wünsche ich einen schönen Abend und hoffe, dass Sie auch schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen können, wenn morgen schon der erste, weiß ich jetzt nicht genau, ist das schon ein Weihnachtsfeiertag oder ist das ein Einkaufstag, auf jeden Fall ein freier Tag, ich wünsche Ihnen ein schön verlängertes Wochenende und vielleicht sehen, hören, lesen wir ja voneinander in den nächsten Tagen oder Wochen. Vielen Dank!